Sie ist das Zentrum unseres Planetensystems. Die Sonne. Eine Energiequelle, ein riesiger Fusionsreaktor. 4,7 Milliarden Jahre alt. In ihrem Inneren verbrennen jede Sekunde etwa 600 Millionen Tonnen Wasserstoff zu Helium, bei einer Temperatur von 27 Millionen Grad Celsius im Kern. Dabei ist die Sonne kein besonders großer Stern. Aber sie ist trotzdem gigantisch. Selbst die kleinen Sonnenflecken sind größer als die Erde. Die Sonne gehört als gelber Zwerg zur Spektralklasse G, das sind Sterne mit einer Oberflächentemperatur von etwa 6000 Kelvin. Das ist kühler als bei den blau leuchtenden Riesen, aber heißer als bei den roten Zwergen. Unsere Sonne ist als G, 2, V klassifiziert, was bedeutet, dass sie eine der heißeren Sterne der Spektralklasse G ist. Wie alle Sterne der Spektralklasse G gehört auch die Sonne zur Leuchtkraft Klasse 5.